Wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen Platz. Da können wir nochmal hier vorne gucken. Ich glaube, hier war nochmal ein richtiger Stapel an CDs. Jawohl, Kauf meine Liebe, Berkhan. Oh, jetzt habe ich bei der letzten gar nicht geguckt, ob die richtigen CDs dran sind. Das muss ich unbedingt gleich nochmal machen. Nicht, dass... Oh, stehe ich auf irgendwas? So, nicht, dass Dinge passieren. Hier das Gleiche. Berkhan. Auch Deutschrap. Rapp, naja, also Rapp nicht so richtig, eher ein bisschen so solig. Wie soll man das beschreiben? War mit Alligator auf Tour. Spielt gerne am Klavier. Hier sind die Akustik-Versionen noch mit dabei. Singt sehr schön, singt sehr witzig. Bisschen was zum Nachdenken dabei bei Krieg oder Kim Kardashian. Trifft aber auf jeden Fall meinen Musikgeschmack. Auch wenn ich vorher nicht sowas in der Richtung gehört habe. Okay.